Auszahlungstermin Energiepauschale für Rentnernaht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wer eine gesetzliche Rente bekommt, erhält auch im Normalfall die Energiepreispauschale ausgezahlt. Die vorgesehenen 300 Euro landen, kann man so sagen, automatisch auf das Konto der rund 20 Millionen gesetzlichen Rentenbezieher. Und zwar spätestens zum 15.12. soll das Geld, die 300 Euro, auf den Konten der Versicherten sein. 300 Euro brutto gleich netto. So, davon gibt es aber eine Ausnahme. Wer als Rentner erstmals im Dezember Anspruch auf eine Altersrente, Erwerbsminderungsrente oder Witwin- oder Witwerrente haben sollte und diese Rente erstmals am Ende des Monats Dezember 2022 ausgezahlt bekommt, wird die 300 Euro Energiepreispauschale nicht im Dezember bekommen, sondern Anfang Januar 2023. Und zwar auch hier wieder automatisch, ohne dass Sie dazu einen gesonderten Antrag stellen müssen auf Ihr Konto. Also, meine Damen und Herren, die beiden Auszahlungstermine für die Energiepreispauschale für Rentner stehen sozusagen fest. Hoffen wir das Beste, dass es auch wirklich so kommt mit der Auszahlung der 300 Euro. Sie haben es sich auf jeden Fall ganz dolle verdient. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.